Was will der? Hm, 211 Truppen! What the? Wollt der so viele Truppen? Ja, okay, der hat natürlich auch noch viel auf jeden Turm. Daumen kann der auch nicht mit so einer riesigen Macht angreifen. Wie ist das Schweine? Da gab es nur 5 Truppen, da, 5 Truppen, da passt das. Da ja auch schon fast das meiste aushält. Eure Befehle? Hm, 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 hm. Dann müsste ich ja theoretischerweise... Wisst ihr was? Ich steig um. Oh man, ich bin echt kein Platz mehr, das ist ja voll zum Kotzen. Und wo kann ich den, den ich jetzt bauen will? Okay, nur mehr Macht mal raus. Wenn der gut dran steht. Da hab ich die nieder drin. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszeile. Der Nachbarn wäre ich nie so wirklich wichtig. Leute, auf was schieben die überhaupt? Auf eine Ochse, oder was? Würde mich verarschen. Oh man. So, Baumeisterchen, ihr baut jetzt was. Eure Gnade! Katapult bereit, my lord! Erstens wird der... Okay, hier kommt er nicht hin. Wir müssen uns wahrscheinlich hier hin. Katapult wird bewegt! Was soll konstruiert werden? Ich weiß nicht, wie ich von wo durch die Box schießen kann. Konstruieren Belagerungsgeräte! Konstruieren Belagerungsgeräte! Konstruieren Belagerungsgeräte! Katapult bereit, my lord! So! Das Stück müsste eigentlich schießen können. Katapult bereit, my lord! Ja, das ist nicht das Problem. Diese dumme Balliste. Katapult wird bewegt! Jawoll! So gut wie erledigt! TRIWOCK, bereit, z Was? Okay... Die wir mal mit dem was mal tun. ... Katapult bereit, my lord! Katapult, bereit, my lord! Katapult bereit, my lord! Katapult bereit, my lord. Katapult bereit, my lord! Hast du auch Spaß damit쳤riften? So gut wie erledigt! My lord! So gut wie erledigt! naja! Oh, nein, 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 warum hackt das Game grad so, mein Gott, na super, mir fällt mich ein verarschen, da kommt die Gisort nochmal schlecht Ah, die Balliste kann auch nicht drauf schießen, das ist gut So, das war es im ersten Turm Ach, ihr seid mir in der Tat ein Dorn im Auge Bauen wir nochmal ein paar Ein, zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei, drei, fünf, vier, was soll konstruiert werden? Ein guter Markt Ach, das ist ja ein Kapsbr光 auf drei Ich glaube auf französischen, also die nächste Weiterbildung von dem Teil, heißt sie geschehen. Ich weiß nicht, wir werden überfallen, wackelig wie ein Kartenhaus. Lol. Ist ja übel. Hier nimm Steiner, hier nimm Steiner. Eigentlich will ich den Typ gerade n Unterdruck halten. Ich hab schon 6 Rücken, aber kein Schwert. Oh ja, ich hab gewisse Schwert, um zu spielen. Boah, ist zu laut gewesen. Muss ich auch mal schauen, warum es so laut ist. Ich geh nur mal eine Bogenerei weg. Ah, ja. Ein Bauer befindet sich auf dem Weg. Ja, ja, da brauchen wir nicht versagen. Ich soll arbeiten. Triebock bereit. Ja, genau. Da brauchen wir hier. Neust du rauskennen. Triebock bereit. Triebock bereit. Sire, Flugbahn ist berechnet. Ja, da einfach Loll. Warum um Hilfe kommt überhaupt mit einem Kompensspeicher aus? Ja, die stehen aber dann immer mit dem Brot hier da. Ist ja egal. Lieber zu viel als wenig, würde ich sagen. Gucken wir mal in die nächsten Satz da. Was soll konstruiert werden? Bomm wir hier einen. Komm mal. Komm mal. Den nächsten kann ich so sein. Soll ich mich aber schießen. Oder mal an. Konstruieren Belagerungsgeräte. Ja, voll. So wie ich das sehen. Triebock bereit. Sire, Flugbahn ist berechnet. Wackelig wie ein Kartenhaus. Wackelig wie ein Kartenhaus. Triebock bereit. Aber so wackelig muss ein Kartenhaus gar nicht sein. Wenn man die ganzen Karten miteinander verbetoniert. Das ist ja nicht voll stabil. Sire, Flugbahn ist berechnet. Oh. Triebock bereit. Flugbahn ist berechnet. Das Problem ist, meine Schwertkämpfer müssen natürlich die Feuerwerfer durch. Wenn man der Feuerwerfer gut wirft. Dann schmeiß ich ganz gerne in die Mitte rein. Das Auge ist ein bisschen suboptimal eh schon. Und hier halten wir gleich ein bisschen nach. Ups. Ein weiter Weg. Wow. Ein Schwertkämpfer. 22 Bögen. Na gut, eigentlich nicht. Seht wie die Mauern fallen. Wo seht wie die Mauern fallen. Wenn ich ehrlich bin, ich hab den Spruch bis jetzt noch nicht eingehört. Wackelig wie ein Kartenhaus. Oh, it's a fucking awesome Premiere. Triebock bereit. Flugbahn ist berechnet. Flugbahn ist berechnet. Flugbahn ist berechnet. Flugbahn ist berechnet. Vielleicht treffe ich dabei den Ding. TRIBOC bereit, Sire. Oh, oh. Oh, ist das so schnell. Wir werden überfallen. TRIBOC bereit, Sire. Das Vieh ist bereit. Na, die treffen noch zu gut. Und da fliegen die Kühe. Wunderbar. Richtig schön. Also die Kühe, die breiten Pässe aus. Dann sterben hier die Lamine und die Leute. Hin. Jetzt haben wir schon mal eine erste Fernkampfverstärkung. Gehen wir mal wieder auf. Wo ist das Problemchen? Das liegt ja nicht. Aber zu viel ist zu wenig. Vier Schwäcke, dann wäre ich bestimmt alles trocken. Ähm. Wo ist nochmal der Markt ab? Verkaufen wir nochmal so. Bis 22 Jahre. 45.000. Jetzt haben wir so viel geschafft wie beim Deathmatch. Wenn man, ähm, Spielervorteil wählt. Jetzt baust ich wieder am Arsch. Triebock, bereit! Seier, Flugbahn ist berechnet! Wir kommen den behinderten Turm, den er wollte treffen. Jawoll! Und ab und zu trifft er mal. Das Problem ist nur, wenn er wieder nachbaut. Ja, super. Vier Triebock, bereit! Triebock, bereit! Vielleicht nicht, wenn sie das alle gut treffen. Mal gucken. Wow! Richtig gut getroffen, würde ich sagen. Erbärmlichen Versager. Lern treffen. Oh, okay. Das geht aber. Das sind jetzt schon von... Oberloch. Alleine. Ja, das wird nicht wie schnell diese Leute laufen. Das ist wahr. Aber ich könnte ja noch einen Lanzenmacher bauen. Weil ich hab ja jetzt... Naja... Aber nicht liegen mit dem Überschuss. Also entweder gehen jetzt drei Bäckereien drauf. Die haben keinen Hopfen. Was ungeil ist. Und wahrscheinlich doch ab und zu meinen Hopfen nachkaufen, weil so schnell kommen die ihnen hinterher. Aber Hopfen sind jetzt nicht so teuer. Ja. Triebock, bereit! Sire! Dann schießt er da hinten drauf. Du schweigst keinen Stein mehr. Triebock, bereit! Sire! Jawoll! So will ich das. Triebock, bereit! Sire! Luftbahn ist berechnet! Ja. Ich hätt ihn stehen lassen so, So, wir haben 10. Jawoll! Mit 10 komm ich wahrscheinlich so bis hier hin. Wollen wir gehen diese mal an, diese macht hier hinten an. Ja, das ist halt der Saladin, dafür gibt es mich 10. Und der Rollstraft ist nicht gegen den Soldaten zu bekommen, das ist echt schon abendlich. Müsst du was mal wieder kaputt? TRIVOK bereit! Flugbahn ist berechnet!